Die Ärzte, ein Lächeln für jeden Tag deines Lebens. Musik war mein erstes Lieb. Und der zweite. Musik. Bela. Ja, Farin. Ach, Bela. Ja, Farin. Ja. Hey, die Mädchen finden das wirklich schön, das Stück. Hey, müssen die Mädchen auch am Planen. Oh, oh, das ist schon so. Der Lücke hat es jetzt direkt gemacht. Jetzt müssen wir auch wieder über dieses Stück rüber reden. Ja, MC, wir haben das noch drauf, den Text, so kann man das noch mal live quasi. Ach, Lücke. MC, Lücke. Ich kann mich da erinnern an so ein Konzert, wollte die totale Lücke. Runter mit dem Handbuch. Das ging schon ziemlich tief. Lücke. Ach, Lücke. Aber so richtig lieb haben sich die Ärzte ja nur selbst. Wie kam es zu diesem, ja, wie soll man das sagen, wenigen akustisch umgesetzten Vertrauensbeweis? Wir haben uns im Studio getroffen, um die Platte aufzunehmen und haben nicht gemerkt, dass heimlich ein Mikro lief. Und ja, unser Toningenieur hat dazu Klavier gespielt. That's it. That's the true story. Es gibt nur eine andere Version. Ja, Harin. Aber ob er dir ist, erzählen wir. Ach, Bela und Rott. Ach, Harin. Bela. Sag mal, Rott. Menschen. Hast du dir den Leberfleck jetzt wegmachen lassen? Am linken. Du, ich mach das jetzt mit der Bausparversicherung. Die Ärzte, immer noch aus Berlin, immer noch komplett hirnlos. Ja, immer noch live zu Gast im Soundgarten, wobei, das ist ja klasse. Sag mal, quatsch dir einfach dazwischen hier. Ein unromantischer Typ, du hast es verdient. Du hast es verdient. Ist ja gelogen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, ich bin freitags nie in der Sauna. Ich mach montags den Soundgarten, von daher ist diese Sendung natürlich vorproduziert. Nicht schlecht. Aber klasse, dass wir uns den Freitag dafür ausgesucht haben, oder? Wir haben es ja extra noch verlegt, sollte Montag sein. Und Lücke hat dann gebettelt und gesagt, nee, nächster, wir kommen Freitag. Liebe unbekannte Schönheit, wenn du das hörst, jetzt weißt du ja, was der Lücke für ein Typ ist, womit er sein Geld verdient, mit Widerlingen wie uns abhängen und dieselben Stücke dreimal hintereinander spielen. Das ist doch nix. Das ist einfach nix. Ein Lächeln für jeden Tag deines Lebens, das ist natürlich der Single anheimgestellt. Kann man zu kaufen, kann man zu kaufen. Ja, die kann man jetzt schon spielen und ansonsten sind die Ärzte da sehr, sehr reserviert. Kaufen, wenn es darum geht, die CD schon mal den Kollegen vorab zu geben. Das passiert überhaupt nicht. Immerhin jetzt schon eine Kassette mit fünf Stücken, die wir natürlich auch nicht spielen. Ich glaube, jetzt kommt gleich Schlagzeug, oder? Hört man? Ach, großartig. Hört man. Jetzt. Hier. Und Fehler, Mann. Hey, Lücke, Finger vom Tonregler. Verdammt, das macht das Stück einfach aus. Das geht natürlich noch zehn Minuten weiter. Was kommt denn jetzt? Willst du noch ein Lied spielen? Reicht er. Ampeln kann ich nicht ausstehen. Ich weiß nie, bei welcher Farbe soll ich gehen. Und der Zeitungsmann erflucht. Ich hab schon wieder versucht, Brot bei ihm zu kaufen. Hab ich ganz allein geschrieben. Ja, ein Handwerk mit wahrlich goldenen Boden. Bela, kannst du dich richtig auslassen, ne? Du kannst dich einbringen in die Band. Noch mal deinen Stellenwert klar machen. Der König der Schießbude. Ja, danke. Aber du hast dich ein bisschen schlicht dargestellt in dem Song. Ja, ich glaube ja auch bis heute, dass man Holz essen kann. Ne, ich bin einfach nur ehrlich. Ich hab gedacht, was Farben kann, kann ich schon länger. Männer sind Schweine und Schlagzeuger sind Schweinehunde. Ne, ähm. Arme Schweine meinst du? Breche Lanzen für Minderheiten. Das hab ich schon immer getan. Das tue ich auch diesmal. Und auch auf unserem neuen Album 13, dem 14. der Ärzte. Goldenes Handwerk heißt das Stück. Und es handelt von Schlagzeugern, deren Anführer ich bin. Und Gewerkschaftsboss und Gott. Halt. Dick aufgetragen. Der Jimmy Hendrix, der Schlagzeuger, bin nicht nur ich, sondern auch mein Spiegelbild. Und ich rasiere mich des Häufigeren selbst. Wenn ich Zeit habe, ich spiele natürlich die meiste Zeit des Tages Schlagzeug. Das ist schön. Das Leben als Schlagzeuger ist sehr abwechslungsreich. Man rasiert sich auch zwischen den Schlagzeugspielereien, die ich veranstalte. Herr Rott, kannst du ähnliche... Entschuldigung. Ich glaube, der Bela will noch die Sendezeit hier ertöten. Oh, wie gut, Zuhörer. Die Sendung ist schon vorbei. Lücke, um nochmal auf... Darf ich? Das Schöne ist ja nur, dass der MC Lücke sich fragt, warum hat er dein Date heute verpasst? Also, der Grund, warum wir keine Vorab-CDs rausschicken, ist, dass wir eigentlich eine total demokratische Band sind. Und wir wollen nicht die Radiomacher und die Medienmacher bevorzugen. Oder haben wir vielleicht einfach nur einen Einpass-Empfeilhaus-Verbot. Das kann natürlich auch sein, aber wer weiß die Wahrheit? Wer kennt die Wahrheit? Und deswegen könnt ihr die Platte auch erst am 25. Mai hören. Ja, und das ist ja natürlich heute... Wie heißt die Platte? Heute ist der 25. Mai. Du meinst die 14. die Platte der Ärzte? Du meinst die 13? Die 13. Am 25. Mai in allen Läden käuflich zu erwerben. Ach, das läuft am 25. Mai? Naja, eben, eben. Finde ich schon, warum hast du uns das denn nicht gesagt? Ja, also heute. Heute, wie ihr habt die Ärzteplatte noch nicht? Warum seid ihr jetzt nicht im Plattenladen? Das gibt's doch gar nicht. Ein kleiner Solidaritätsbeitrag wird dann auch, zu circa ein Drittel wird dann auch an den Schlagzeuger gehen. Der bin ich. Ich spiele Schlagzeug bei den Ärzten. Hier spricht BLAB. Ich spiele sehr viel Schlagzeug bei den Ärzten. Eigentlich die ganze Zeit. Außer wenn ich mich rasiere. Manchmal sogar dabei. Oder am Freitag in der Sauna. Aber jetzt mal ehrlich, was soll der Quatsch? Man könnte doch eine wunderbar vorproduzierte Sendung fahren, wenn ich jetzt die CD hätte und spielen dürfte. Das ist doch kacke. Wir reden jetzt hier irgendwie über ungelegte Eier. Also ihr habt sie schon gelegt, aber wir können sie nicht irgendwie ausbrüten. Ich spiele doch einfach mal einen Song von dem Album. Ja, einen Song hast du ja. Einen Song gemacht. Den, 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 den. Auch wenn du jetzt gehen musst, keine Geigen mehr, wenn wir uns küssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.